Wie steht es denn überhaupt? Gut, dass ich 7-0 getippt habe. Ja, Mann, ja, Mann, der kommt gut. Mann, ey! Schöne Uhr ist klasse, Mann! Ja, Mann! Schöne Uhr! Du drauf, Dennis, komm! Eins, eins! Komm! 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 Machen, machen! Das war dunkel! Weiter, weiter, weiter! Hey! Trending on! Was hat er gemacht? Hat er irgendwas gemacht? Hast du gesehen? Hast du gesehen? Auf! Den hast du! Hull ihn ab! Ah, schau! Weiter, weiter, los! Super, Basse! Klasse, Junge! Schön durch! Klasse, Junge! Oh! 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 Für uns! Du kriegst gleich eine gelbe Karte für das Schauspiel! Das Lustige ist ja, dass das alles auf Video ist, ne? Oh! Das ist ja so! Das dritte Mal! Das war das achtzendste Mal! Oh! Das war gut! Das ist ja so, dass du mit Frau gesinnen, Jassi! Jungs! Klasse, das war schon ganz gut, aber es war kein Tor, halt gut! Muss man halt flexibel sein! Was hat er denn, eine Minute gekriegt oder fünf Minuten hier? Was ist denn hier oder wann? Ja! Ja, er! Ja? Ne, ne Stunde! Ne, der wurde ausgewechselt! Der Schiedsrichter hat da rüber gebogen und haben die schnell einen reingeschickt und wir haben ihn rausgeschickt! Aber gerade Malte, Malte ist doch überhaupt nicht so ein Brutzen, der irgendwas macht! Weiß den Arme, Digga! Oder? Hat er was gebeugt? Du bist die Kamera, Mann! Bock das? Du kannst richtig gut! Bock da oder ne? Puh! Ach, in diesen Kommentaren! Schön, ne? Der ruft wie Orang-Utan-Klausel! Der ruft wie Orang-Utan-Klausel! Der Hund hat mit Kurtsche abgefangen! Oder so die Hände, dann die Ärmel so über die Hände immer, ne? Lass man die Zeit noch nie mal ab! Ich hab' nie! Boah! Oh Mist, du! Boah! Boah! Voller sieble Foul! Ja, wenn die, die schreien gehen wir wahrscheinlich auch auf! Tor! So auf den dritter! Felle? Echt? Und ähm... Ja, aber Breese hat... Ja, Breese hat ein Spiel mehr sogar! Und die haben jetzt noch leichtere Gegner! Felle? Ne, Breese! Also in so einem Zelle hatten auch... Breese und Grüneburg! Ja, ja! Schön, Sadie! Ey, wir haben noch nicht einen Schuh verloren! Ja, Mann! Wir sind voll die Hälfte irgendwie! Hä? Hat auch noch kein Unentschieden, oder? Ne, Mann, gar nichts! Das ist doch dann... Nein! Ey, wir haben schon wieder Freikschuss! Hoi! Hallo! Hoi! Hast du denn da... Zeig mal! Was? Was hast du da gemacht? Ne, so seh ich das nicht! Achso! So? Uuuuuh! Mies! Guckt das? Ja, sieht man zwar nicht auf dem Video, aber ist gut! Ich hab nen Blutfilter drin! Wiese Aufnahmen! Du musst raussteigen! Hä? Du hast es richtig gesehen! Das war so sehr schön! Oh, da ist er! Da ist er! Dann geht's! Pfff! 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 Oh, schade! Pfff! 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 Da brauchst du schon Abitur gehen. Schönen Lyon! Los, passe! Schönen Lyon! 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 Schönen Steady! Schönen Steady, Mann! Der Arme grönt wie Orang-Utan-Klaus. Der macht das selber, oder? Ach so, genau. Mach ich auch noch mal. Kann ich gleich vorstellen. Das ist immer ganz herrlich. Wie ist die Balance aus? Wirklich. Loser. Komm, Lasse, komm. Schön, Passe, los. Schön, Leon. Super. Los, Passe. Jetzt bring ihn rein. Wir haben auch wieder drin. Vor allem das Geil ist immer mit seinen Ärmel, ne? Halt! Halt! Halt, Nicky! Tim! Wo wollt ich das sehen? Auf, Dennis, auf! Mach mich los! Lauf! Lauf! Klasse Trainer! So ein Trainer wünscht mir auch. Bock das? Ich denke, er trainiert die weiße Mannschaft. Weißt du? Dump, ey! Mongo! Hände, natürlich haben wir alle in der Hand. Gut, Yannick hat natürlich eine Hand nur mit vier Fingern. Und eine... So! Klackse. Wo ist denn der Ball? Ach, da! Wie ist denn der Ball? Das kann man sehen. Sie hätten die verkürzen. 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 Der kommt, der kommt! Ja! Nein! Oh, Nico, du armer Brupselknupsel! Klasse! Und da, schon... Ich weiß. Er hat nicht gefilmt. Nâ ich hab.. Echt? Jûr! Alter! auer balancing... Htı'�hch Tišch! H谚ool! H sweating! Klasse. Klasse! Ja! Super! Super! Klasse! Passe! Passe! Das war klasse! Traum! Traum! Ich verstände! Ich verpasse, Banasse! Hey! Miese Aufnahmen jetzt! Miese Schuhe! Der muss alles filmen, ey! Das ist voll langweilig! Ja, ich würde dir einfach lieber nur so zugucken! Ja, Mann! Du musst mal sagen, dass du deine Kamera vergisst! Aber dann kommen sogar die Dinger von Yannick und mir! Und dann ist es auch so! Ja, er hat auch geblokt! Schade, schade, schade! Immer dieser brutale Manni! Ja, gleich wieder die süße Zeit! Hoi! Sehr schön! Alter, über zwei! Das ist halt wie so ein paar Piranhas, ey! Piranha 3D! Und? Ja! 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 Ich bin jetzt schon wieder! Ach, schon für ihn gestern! Ja! 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 Ja!